ja moin willkommen zurück zu einer's quest was geht und warum und was ist das hier wir sind die kleine winfriede gut sehen wir uns mal um kranken der im schreibtisch okay let's see blablabla weird blablabla destiny blablabla all right i think i got it well enough let's just spell this off the mother and get out of here ja aber warte mal guck mal das hier sieht doch schwer nach der lösung für irgendein rätsel aus oder ok ist ja gut warte oh warte entschuldigung da war ein bisschen schnell ok gut ok ok was haben wir hier sonst noch da geht es zum innenrufen und glaube ich nicht dass wir noch rankommen ok warte mal wo ist denn da eins hier oben got all the coloring in the lines and everything course it's placed in the furthest corner thanks mother ok guck mal hier ist ja das bild yeah that's the family when father was still with us what good is a picture anyway he's gone and he's not coming back it is of great importance winfriede to keep their spirits close last we find ourselves alone yeah yeah sentimental nonsense if you ask me nee das ist es ganz und gar nicht also auch wenn er weg ist das er war teil der familie und es ist immer noch es gibt mehr an geschichte als uh apfel es gibt mehr an geschichte als nur naja dieses bild und das gefühl er ist weg naja schön ok müssen wir uns die anderen bilder auch noch angucken ok gut alles klar ok was haben wir denn hier ich finde sie gar nicht so übel im gegenteil ich finde sie sogar sehr vernünftig ok gut kreide können wir mitnehmen jawohl haben wir am start das haben wir eigentlich ein inventar auch ist ja sehr übersichtlich ok ok gut hier haben wir noch ein blasebalg warum hat sie auch am start ok naja die heizung das hört sich doch gut an kannst du irgendwas damit machen ok ist im moment nicht toasty sie weiß genau bestreiten ok alles klar kohle haben wir auch am start kohle blase balken kreide was schwarzes was weiß und was zu pusten super können wir den schwamm drauf nehmen ok gut so und die tafel natürlich ja als kind sieht man das noch so ne das ist einfach so als erwachsener denkt man da ein bisschen anders drüber mhm kannst du irgendwas schreiben ja oh meine güte ok das ist ganz klasse mach das bitte wieder weg ok 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 so wir sollten uns erstmal nee eigentlich hier Tee du warst als kind aber ganz schön drauf ne guck mal da ist auch noch was das können wir mitnehmen oh nein ich habe nicht auf die sammelobjekte geachtet oh nein Mist ich habe es verrissen wir müssen das spiel leider noch mal von vorne beginnen sorry Mist da ist ein Apfel da ist ein verdächtig aussehender Schlüssel ja aber das ist doch sehr nett ok was ist mit dem Schlüssel hm 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 ok gut können wir uns noch mit ihr unterhalten Dorothea heißt sie hey mother ah Winfrida wirklich ja na gut ich denke ich bin bereit ok ok ich denke ich bin bereit sehr gut go ahead tell me what word is hm 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 weird is the pattern that shapes our destinies influenced in many ways in part by the weave of the norns three great maidens who look upon us all and determine our futures but also by everything we do everything our ancestors did causality and consequence it is what will happen is happening and what has already happened very good now recite the vocht school of witchcraft's oath for me but mother by the weird we shall abide and in respect treat each day justly for every right a path warm and enlightened for every wrong a path blackened and cold and stay cautious of the devil forever waiting to 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 um and stay cautious of the devil forever waiting to corrupt my resolve yeah what you said eh listen to me winfrida this is what concerns me the most as it should you oh here we go this science that you and hans obsess with don't let your mind be distracted by what's not important mother it's just because it's something you don't understand you're being dramatic i am not i have seen what it will do to you to your word it is a dark dark path winfrida that you must not take lightheartedly if your father was here you know he'd say the same that's a lie he was always happy to let me do my experiments unlike you he wouldn't have been if it got in the way of your witchcraft winfrida not if it let janica get this far ahead of you in your studies i've done what you asked may i leave now yes yes you may oh but winnie if you see hans tell him to come see me to practice his test as should you the wanderer will be here any day the judgment he passes will play a crucial part in your word practice be ready for his test it is for your own good fine i will ja sie ist eben das störrische kind have we done the right thing philip putting the fate of the girls in the hands of someone else hmm no it is the way of word i cannot waver and the girls we will see only time can tell now hmm ja oh kapitel 6 es begann mit zwei schwestern okay alles klar wir erfahren mehr über sie das finde ich gut ja und was die aussage angeht sie haben beide recht ne freedom finally now hans told me he had something he wanted to tell me only ähm wo ist der everyone is here except for him where is he gone off to now hm wir lernen erstmal unsere mitschüler kennen ne so hier ist die plakette folgt school of witchcraft jo das sieht hier aber noch sehr sehr anders aus als das was wir kennengelernt haben war da nicht die war nicht die kirche selbst also diese art kirche war die nicht selbst die schule ich weiß es nicht okay aber gut so joe ringer hallo hm warum stehst du hier ganz alleine ja 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 das ist aber doof das ist aber doof boah boah hm hm okay ich lass dich mal in ruhe aber wir kommen auf ihn zurück ne natürlich tun wir das ja 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 alles gut ja schon gut schon gut ich möchte ja keine von deinen trauben die sind bestimmt ganz sauer außerdem färben sie den mund blau so hi wer seid ihr denn da ist jannicke oh jannicke winnie du finischt detentions sind du okay ich hoffe meine Mutter war nicht zu hart auf dich ich bin gut jannicke es ist nur detentions not that you'd know what that's like i know you're a tough cookie winnie i just think that well sometimes mother is a bit hard on you is all she has to be with the wanderer coming and the grades she's getting ha exactly there's no way she'll ever beat you jannicke it's not a competition wilhelm there's only one way winnie will ever get through the wanderers test diving into the lake and taking the amber orb from vice fraud Hm, hm. It's not a competition. Yeah, right. Here comes the science babble. It's not babble. You'll see. I'll prove you all wrong and win the test. Come on, everyone. It's Friday. Let's just have fun. Wait a second. Not everyone is here. Where's Hans? Do you guys know where he went? He said he was going to the usual place. He seemed pretty excited. Yeah, their usual little lovebird hideout. It's not like that. Not everyone is like you boys. Spending all day dribbling and drooling all over precious you know who. Who know who? No one, Yannicka. Oh, meine Güte. I can never remember his stupid code for the hideout, though. I hope he's written it down somewhere. Ah, okay. Gut, das weißt du noch nicht. Okay. Also, mal ganz kurz, ne? Hier, Yannicka. Ich find die total nett. Die ist doch total lieb. Und es ist kein Wettbewerb und so. Ich find die sehr vernünftig. Die beiden hier hingegen, das ist was ganz anderes. Okay, gut. Na ja, gut. Wer bewerbst du denn, Yorinda? Hey, alles okay bei dir? Viel reden tust du immer an mich. Oh je, oh je, oh je. Still not saying much, huh? Between you and me, though. This thing with not talking. Was it really from seeing the weiße Frauen? I mean, they aren't real. Right? Never mind. Hm. Wieso fragen wir sie hier so aus? About the amber orb, though. When you fell in the lake. You sure you didn't see the orb? Because, I could be wrong. But I think, even if you did see it, then you wouldn't tell me. Because like everyone else, you think it's too dangerous. Plapper, plapper, plapper. Yeah, I bet I'm right. It's there, I'm sure of it. Plapper, 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 ne? Das ist, sie labert ihr eine Kante ans Bein, statt einfach mal zu fragen, ey, wie geht's dir eigentlich? Hm. You seem kind of lonely over here. I could be wrong. But, you seem to keep glancing at someone in the yard. Aha! I'm not wrong. Is it... Is it a boy? You can tell me. Well, actually... No, I guess you can't, huh? Let me see. I bet it's... It's... Hmm. Ah, wait. You wouldn't be the kind of fall for the popular boys. So that must mean... Interesting, interesting. Was ist denn... Aber... Was soll das hier? Okay. Oh, well. See you, Yorinda. Noch... Die Ärmste. Hier geht's noch zum Schuppen. Locked, as usual. It's not fair. I bet there's all kinds of fun stuff in there. Hm. Okay. Ah... Wir haben aber auch nichts dabei, was wir machen könnten. Okay, ähm... Irgendwas. Da drüben ist noch was mit Fenstern. Warum? Gibt's da noch was cooles zu sehen? Mutter verwandelt sich... That's the window above mothers desk. Hm. Ah. Hm. This is kind of boring. Is there any particular reason why you were spying on me, Winfrieda? This place is boring. There's nothing else to do. Go play with the other children. Without upsetting them preferably. All right. All right. All right. Ich kann die echt gut laden. Aber das Fenster wird noch wichtig, wenn wir mit Schlüssel rankommen wollen, ne? Kann ich denn da reingehen und das Fenster einfach schon mal öffnen? Fenster? Ja... Oh. Okay. Okay. Gut. Das heißt also, wir müssten den Ofen, äh, anschalten, ähm, damit ihr zu warm wird. Und dann können wir das Fenster öffnen. Lalalala. Gut. Ähm. So. Haben wir alles? Ich denke, wir haben alles, ne? Ja. Ich glaub, wir haben alles. Warum kann ich hier noch gucken? He always gets the best lunches. Those grapes look pretty delicious. Hm. Okay. Gut. Nimmst du die aber jetzt nicht, ne? Wir sind artig. So. Zum Bauernhaus. Uh. Okay. Steine. Können wir die mitnehmen? Nö. Okay. Unterschiedliche Töne, was immer das zu bedeuten hat. Gut. Okay. Können wir schon mal, äh, rufen? Oder brauchen wir dazu dieses, dieses Muster, was wir unter dem Pult entdeckt haben? Hm. Verstehe. Natürlich. Ja. Okay. Das. Ja. Okay. Hier sind noch Bienen. Das ist bestimmt nicht gut. He. 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 Okay. Gut. Geht's noch... Nee, mehr ist da nicht, ne? Zum Pfad. Oh. That path leads to the lake. Where Yorinda says she saw the amber orb. I'm tempted to go see if it is really there, but I'll go see Hans about it before I go all the way out there. Hm. Okay. Gut. Hm. Na gut. Ähm. Also... Ich glaube, wir brauchen hier das hier. Warte mal. Okay. Guck mal hier, ne? Davon schieße ich mir mal eben ein Foto. Moment. Keiner verlässt den Saal. Wo ist es denn? Hier. Oh je. Es ist hier gerade mehr Gewitter. Ich hoffe, das kriegt ihr nicht mit. So. Okay. Dann wollen wir mal gucken. So. Nichts wie zurück. Also da. Jetzt. Da sind die drei Steine. Welches ist der größte? Ist glaube ich egal, ne? Ich nehme mal die Reihenfolge. Das. 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 Mittleren. Da. Da. Und dort. Aha. Huhu. Ah, da sind wir, um Zeit zu kommen. Hm, sehr gut. Oh, hi! Ich habe zwei Travellers gesprochen, über etwas. Sie sagten, es war die Wissenschaftler des Jahrhunderts. Well, was war es? Weenie, sie haben es. Sie haben nur was wir suchen. Es heißt, Telekinesis. Ich glaube nicht. Was ist Telekinesis? Telekinesis. Ja, ja. Ich war nicht so sicher, aber ich war, wie dieser Mann kann Dinge bemerken, nur über mich zu denken. So, er war eigentlich ein Witch, dann? No. No, Winnie, das ist die Sache. Er war nur ein regularer Farmer. Und das ist nicht alles. Er kann Menschen denken, ihre Erfahrungen, ihre Erinnerungen. Die Townsfolk accused ihn von einem Witch, was mit dem Angst, von Witchcraft spreading und all. Aber apparently, er wusste nichts über Witchcraft. Er war einfach seine Abilität. Okay. Das ist gut für ihn. Aber ich weiß noch nicht, warum Sie alle excited sind. Ja. Well, ich habe ein paar Forschungen, nachher zu hören, und es ist wie ich dachte. All die Dinge, die gesagt werden, über dieses Manns' Abilität, ist wie die Third Eye Chakra schmerzen. Third Eye? Okay. Isn't that the subject we had a few weeks ago in class? Exactly. Don't you s-s-s-s-s-see? Das ist das. If we can learn more about what telekinesis is, then we can help people understand magic through science. People won't have to be afraid of us anymore. This is it. This could be what finally helps me beat Yannick once and for all. Oh, but Winnie, I think p-p-p-perhaps we should concentrate on... Right. What do we do now? Can we get it? This telekinesis? Telekinesis. Right. Right. Whatever. How do we get it? What do we do? Well, maybe, but perhaps we shouldn't rush into this. Rush? Hans, the Wanderer's Test is any day now. Mother was just lecturing me about it. If I get this tele-nemimus, if I use it to pass this test, my weird will be perfect. Mother won't have to scold me or tell me off anymore. Right. That is true. And maybe finally, finally, mother will stop comparing me. I'll never have to be told, I'm not as good as precious little Yannicka ever again. Yeah. Yeah, you're right, Winnie. Let's do it. Let's help you pass that test. So, details. Details. How are we going to do this? Oh, meine Güte. Warum bist du so wild da hinterher? Meine Güte, es ist so... Versuch's doch erstmal zu verstehen und versuch vor allen Dingen auch zu verstehen, warum du deine Tests bestehen solltest. Do you remember anything about the third eye spells? I, uh, might not have been paying too much attention in class. Ah, yes. I looked over my notes last night. We were never taught any direct awakening spells, but, there's one incantation Mrs. Voigt recited from her spell book that kind of fits. Okay, great. What is it? It's an incantation to summon the goddess Minerva for extrasensory insight and knowledge. You imbue magic beads with the spell, then place them on your head to help open your third eye. But Winnie, you know that Mrs. Voigt's spell book is strictly off limits to us. And you know it wouldn't be the first time I've borrowed it either. Alright. So first we need a plan for swiping the spell book again. What else? Oh, well, from what I remember, the beads are okay. I have some left over from class. But we also need three candles. One of white, one of purple, and one of b-b-blue. Hmm. That could be tricky. I don't think there's any left in the school. We, we could make them though. We can? Alright, great. Swipe spell book. Make candles. Easy. Let's get cracking then. Okay. Yeah, when this so einfach for you is, okay. Where's this telekamesis guy gone? Let's go find him. Surely he could just tell me how to pass my test if he wants to help people, right? Actually, that was kinda my first thought too. That's why I'm fixing this machine. The idea is that it reads patterns of energy moving in the brain when you wear it. So if we observe this man's brain patterns, then perhaps we could even replicate them. Yes. That sounds great. Let's do it. Um, but I, I'm not so sure. It might take time, Winnie. This machine still needs a lot of work. And the man, he went into hiding. What? Why? To avoid punishment. These townspeople, they're really serious about putting an end to witchcraft. Oh, darn people. Always getting so worked up about stuff they don't know anything about. Yes, well, that's why they get worked up, Winnie. We just have to be patient. Find ways to help them understand, you know? Yeah, yeah, sure. Whatever you say. Okay. Yeah, genau. Geduld. Das sagt die Richtige. Ähm, okay. Die Kerzen. What do we need for candle making, then? Uh, well, I know it's possible. I just don't know how. Yannick is the one who told me about it. Maybe you can ask her. Oh. Right. Of course she did. Oh. But I do know how to make dyes. So if we can make candles, I can help color them. As long as it's the right color, it can be flowers, plants, stuff like that. I have a book on biology around here that might help you. Hmm. And we need white, purple and blue. Keep your eyes open and if you see anything, bring it to me and I'll take care of the dye. Hm. Die Kreide haben wir ja schon, das sollte schon mal helfen. Ähm, das weiß ich noch, äh, ah ja. By the way, Mother said you have to go see her about your tests. Oh, right. I still need to pass the smoke appearance module. Smoke appearance? Oh, is that for your elective? Yeah. Methods of appearing. The only reason I chose it is because I thought I could fake it with solidified carbon dioxide. Turns out, not so easy to move around or use on my own. Solid carbon what? Solidified carbon dioxide. It's that smoky stuff behind me there. It's kind of like ice but dry and much colder. So cold it burns you if you touch it. I figured that out the hard way. But how's that meant to help you with your smoke appearance? Well, that fog coming off of it, that's sublimation. The ice turning from a solid into a gas. But if you drop the ice into water, then that happens a lot faster and makes a lot more fog. Ah, I see. And then you'd use that to disguise your appearance. Clever, clever. Hmm. Maybe. Not just disguising an appearance, but also a disappearance as well. Winnie, what are you planning now? Hans, we'll use this to steal the spell book. It's perfect. If there's as much fog as you say, it should be easy to grab it while Mother is distracted. Sure, but like I said, it's too cold to carry. And we don't have any gloves. And besides, I can't really drop it in water without Mrs. Vogt noticing. Right, right. Don't worry about all that. I'll find a way I can help while you're doing the test. Leave it to me. I'll figure it out. Okay, good. Äh, okay. Ich geh dann mal los und besorg uns das Zeug. This incantation isn't, äh, incantating itself. I'm off to get us stuff. Okay then, Winnie. I'll, I'll be here if you need me. Mhm. Solltest du nicht lieber zu ihr gehen, um den, um den, äh, Test zu bestehen? Hans is working on it. And I don't think he needs my help just yet. Nee, aber ich seh hier eine ganze Menge andere Dinge. Guck mal, da ist der Babydrache. This little fellow always comes and keeps us company at the hideout. Apart from me and Hans. He's the only other one that knows where it is. So no telling, got it? Natürlich. Ah, he looks hungry. I better find something for him to eat first. He doesn't like being handled too much when he's hungry. Do you? No, you don't. Hm. Was ist denn ein Babydrache? Die Kohle? Keine Ahnung. Die Kohle? Ah, ja, die Kohle. Okay. Oh, excuse me. Hehe. Okay. Okay. Time to get rid of that fiery breath before you get a bellyache. Winnie, don't take him away for too long. You know, the red dragon gets agitated when the baby's away from her. Hm. I know, I know. Jeez, you sound like mother. Hey, sorry. Just c-c-c-careful with the little guy, okay? Okay. Ja, natürlich, 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 natürlich. Was haben wir hier noch? Das sind eine Menge Bücher. Hans manages to find bunches of new ones every week from the village. I try and keep up with him. But jeez, he can read books way bigger than I can. Hm. Kannst du eins mitnehmen? Hans' books are pretty complex. Usually I can find a good one though. There's Euclidean works in space and number theory. Charles Babbage and the touring equivalent. Yeah. Oh, this must be the biology book Hans mentioned. Biology for beginners. Hm. Okay. Gleich das erste. Sieht das ein bisschen wie das Zauberbuch aus. According to Hans, I should be able to make colored dyes from plants and stuff. Oh, the blue cornflower. I'm sure I've seen this somewhere. It's perfect. Says, the cornflower is often worn by young men in love. As symbol of their affection. Hm. Where did I see it? Naja, da sind ja auch noch die Tauben. Von Juringel? Heißt der so? Ah, yes. Well, looks to me like the gas from that thing is becoming a liquid and that thing. And that thing is... Ah, who am I kidding? Hans is always one step ahead and learning all of this stuff. Yeah, da oben sehe ich übrigens noch. Okay, Apparat. Sonst haben wir hier nix. Poster. These look like Diagrams for Hans' machine. I can actually kind of follow this. After all the time I've spent watching him tinker with these things. It's not too surprising, I guess. Hm. Poster. Okay. Reagenzgläser. Hm. Hm. Mir scheint eher, dass er der Wissenschaftler ist und nicht du. Kann das sein? Third eye spell making time. So no experiments today. Hm. Okay. Gut. Die Maschine. It's part of the machine Hans is working on to copy the old guy's telcomesis. I guess this part has something to do with receiving and calculating what the headgear scans. Things would be easier if we could just find him and get him to share his ability with us. Hm. Ja, das ist selten so, äh, so einfach. A few pretty old tools Hans scavenged from the village. They'll do the job. Nah. I think Hans needs them more than I do. That thing looks particularly complicated. Okay. Was haben wir hier? Das ist das Talkwise. So this is that dry ice stuff Hans was talking about. I wonder if it will really make as much fog when added to water as he says it will. Hm. Da kann man was zum mitnehmen. Nicht so richtig, ne? Wir könnten höchstens den, den Rauch einsaugen. Oh doch, ja, wir sollten den Rauch sogar einsaugen, um an den Bienen vorbeizukommen. So. Now it's all filled with gas from the dry ice. Ja, naja. Guck mal, und das kennen wir doch auch. That's Hans' most prized possession. A certificate for first place in a science youth fair. It was his first award for science ever. A silly thing for kids in the village. But still. I'm super proud of him. It'll be the first of many, I'm sure. Yeah, und das wird dich später auch noch begleiten. Are you kidding me? That's like the treehouse treasure. It's not going anywhere. Okay, 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 okay. Wollen wir es verlassen? Ne? Was haben wir denn hier noch? Nix, nix weiter. Okay. Ähm, und hier oben. Da können wir doch jetzt an die Bienen ran, oder? Ja, wir kommen an die Bienen ran. Okay, mal gucken, ob das funktioniert mit dem, mit Trockeneis. Also mit normalem Rauch, ja. Aber mit Trockeneis auch, weiß ich nicht. Ah. Scheiße. Oh. Das war keine gute Idee. Beekeeper? Was? Okay, schön. Ins Baumhaus zurück, na toll. Oh, die haben Bienen. Menno. Die haben Bienen. Wir haben sie eingeeist. Oh je. Okay, ganz toll. Aber damit haben wir ja einen Grundstock, einen Bienengrundstock, um Kerzen herzustellen. Hm. Hier geht es immer noch nicht weiter, ne? Oh. That path leads to the lake. Ja. I'm tempted to go see if it is really there, but we'll see how Hans' Incantation idea goes first. Natürlich. Okay, gehen wir zurück und wir fragen unsere Schwester nach, äh, nach dem Kerzenrezept. Genau. So, da sind wir. Das machen wir erst beim nächsten Mal. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht es gut. Tschüss. 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 Hingham, tschüss.